Ich hab mit einem Stopp erstochen. Ach ja, ich hab ja keine Chance, ich kann doch gleich alle weglaufen. Jaja, der Anfang ist noch leicht. Irgendwann wird die Zeit kommen, wo ich mir den extra Scheiße wegkomme. Wie gesagt, ein Teil habe ich schon gespielt. Heißt, ein Teil kenne ich schon. Ich merke mir auch, dass die alten Freunde so gut ausweichen konnten. Das letzte Mal, wo ich das gefehlt habe, ging das einfacher. Und schon. Ich weiß, dass ihr hier seid. Zeigt euch. Wo ich herkomme, schaut man dem Feind ins Gesicht. Und ist er ohne Waffe, so gibt man ihm ein Schwert. Bäm. In den Wagen. Und da kommen ihre Freunde, war ja klar. Ja. Ich lauf doch nicht weg. Ja, halt das Spinnenschwert. Dieses alte Schwert ist auf der Insel sehr verbreitet. Benutzt es mit einer 3er-Kombo-Attacke. Ja, in dem Sinne der Taste 4 ist Viereck. Heißt 3x Viereck und da habe ich eine Combo. So. Dann wollen wir jetzt mal aufhören mit dem Stopp zu klatschen sein hier. Hätte ich schon mit dem Schwert klatschen. Und weg seid ihr. So. Ja, mit der Kamera ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und bevor ich wunderte, ja, ich gehe zu jedem Brunnen und ich speichere auch an jedem Brunnen. Weil man weiß nicht, wenn man zerreckt. Weil wenn man zerreckt, dann muss man, denkt man da an, wo man es jetzt gespeichert hat. Deswegen speichere ich Betends in jedem Brunnen. Und ich glaube gerade hier, ja genau, hier muss ich, hier habe ich beim Anspielen schon ab da gestartet. Weil ich gegen dieses, Moment. Weil ich genau gegen den verreckt habe, bin. So. Bin. Nicht ab. So. Original Cutting. Du hast eh keine Chance. Weil ich genau weiß, wie es die Sexträger ist. So. like. Irgendwie stärker als vorhin..... ... oder als die letzten Mal ob ich die der Bürger eher sehe. Boär, was ist doch denn? So, das war Teil 1. Wartest du da oben? Feig nehmen. Das heißt, weiter zu kämpfen. Mega ein Fleck. Egal, ich krieg dich trotzdem. So. Ach, darüber geht das genau. So. 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 Wie ich sehe, bliebt es viel, was nicht euch beinvielten kann. Halt, ich weiß, du kannst mir gar nicht beinvielten. Ja, wenn du es auf einem Zweikampf anlegst, dann bist du wieder verloren. Ich liebe den Sprung. Er frecht, weil er mich dadurch nicht zurecht. Er frecht, weil er mich dadurch nicht zurecht. Mann, jetzt stirbt! Warum nicht zu weit? Ey, mach klar. Das mutet mich. Und... Zack, das war der nächste Teil. So. So. Kam ist jetzt nochmal rüber. Ich hab keine Ahnung. Äh. War das da rüber laufen einfach? Ich glaub schon. Ja. Ich will die Mörder schwächen befrinken. Und dann. Hat da wieder rüber laufen. Genau. Und dann zack. Und zack. Lauft. Lauft. Solange ihr noch könnt. Genau. Das werde ich nämlich. Gnadenlos umbringen. Ja. Ich weiß. Heutzutage gefühlt man eher so Assassin's Creed oder sowas. Kommt im Endeffekt so fast auf gleich raus. Also zumindest von der Beweglichkeit her. Vielleicht nicht von dem was man da machen kann, aber... Es gibt so eine Art. Sag ich erstmal. Oh, er wird sandig. Ich bin ihm bald um. So. Das war's erstmal. Hat sich geteilt. Ich will das Pferd haben. Da fährt er sich weg. Das nehm ich mir so. Und zack. Ich bin drin. Kannst du mal zwei Nütgens-Manöverlöschen machen kann? Definitiv. Ja, nur. So. Und... Ja. Ey, nochmal. Ich kann euch da. Ich kann euch schon anfangen, wenn ich da bin. Ich kann euch schon anfangen, wenn ich da bin. Halt die Körse. So, alle geköpft. Alle auf einmal geköpft, so. Perfekt. Game-Kantik hochgehen. So. Ah, das war... Das war der Kopf. Wow, das war gerade ganz schön knapp, glaube ich. Dann müssen wir, glaube ich, rum, wenn ich mich nicht enttäusche. So. Oh, Alter, bin ich mutig. So. Boah, Alter. Ah, ein Brunnen. Oder ich kann auch rückwärg durch unsere Lebensmärkte wieder aufgefüllt werden. Von daher ist jeder Brunnen sowieso nicht neu. War ich jetzt der Richtige? Ja. So. So. Himmel. Was für ein Zauber ist das? Nein. Ich bin in der Schnauber. Es scheint, als habe ich eine der... Zeit kann man entdecken, von dem der alte Mann sprach. Wie gesagt, das passiert mir sehr oft. Ja, ich bin mir sicher, das würde ich noch nicht machen. So, ab durch den Wasserfall. Wir sind jetzt übrigens in der Vergangenheit, wo das noch alles einwandfrei funktioniert hat. Heißt, wir müssen jetzt direkt aufpassen, dass wir nicht... Ah, das war natürlich nicht fertig, dass wir nicht gegen irgendwas gegen kommen. Ich werde sterben, aber andere werden an meine Stelle treten. Halt den Mund. So. Ich finde übrigens, das ist jetzt zwar wie gesagt nicht die geilste Grafik so für heute... ...aber... ...ich finde, dass die Räume und so noch extrem gut gemacht sind. Also, so von der Storyline her und von dem, wie es gemacht wird, wenn man früher denkt... ...ist es doch ganz okay. Hier können mich doch jährlich aufreißen. Ich kann mich nicht schlagen. Und taff! Na komm! Zack. Und dich schiffen wir auch noch weg. Stab! Stab! Ach ja, jetzt wollen wir wieder heile. Ähm, genau. Erstmal wieder hier reinzünden. Hat noch ganz blosse Erinnerungen. Und noch eine Kiste. Wieder neue Artworks freigeschaltet. So. Ich fädel mich hier rüber. Ich glaube, durch den Raum müssen wir extrem offen an den Militanstäusche. So. Braucht keine Waffe werfen. Was mache ich denn hier? Aaaaaaah. Alter. Ach genau, die Teile hier mag ich gar nicht. So. Ein Brunnen. Und wieder volle Lebensenergie. Und natürlich ein weiteres Mal speichern. So. So. Ein Brunnen. Ein Brunnen. Wir gehen ja noch. Na, wo wird die Teile bringen? Das war's mit denen. Das hier finde ich ja, muss ich alles dann mal richtig sehen. Schaut euch alleine mal. Ey, das sieht eigentlich so geil aus. Kann man ja noch zurück gucken? Ne, ne? Ne. So krass wie es ist. Die Herren will ihn vor sehen! Die Fasse. Wenn ich die Fassi nicht sterben. Das ist die ganze Mauer. Hier wird nicht geworfen! Hallo! Die Scheisse! Ja, ich rechne den. Da müsste ich nichts reinfallen. Achso, hier muss ich ja, genau. Oh ja, ich werde auch schon wieder müde, schon wieder relativ spät. Zack, hat sich ausgesandet hier. So, jetzt komme ich so mit rum. So, jetzt komme ich so mit rum. So. Der Raum, den finde ich auch extrem geil. Echt super gemacht. Muss ich echt sagen, nicht schlecht erspächt. Ja, ich habe genug gesehen, ich würde das gerne. Ein bisschen klatschen und weitergehen. Finde ich ganz nett, Daniel. Darf ich? Bitte? Geht doch, danke. Verdammt, nicht trocken. Die Herren will die Tod sehen! Vergebt mir meinen Versagen! Er wird uns...